Viele Jahre wissenschaftlicher Beschäftigung als Medizin und Neurowissenschaftler mit Stress, mit Trauma, mit Depression und Schmerz. Sie konfrontierten mich mit den Beschränkungen und inneren Abgründen des Menschen. Und sie ließen mich zugleich immer wieder erleben, wie viel Widerstandskraft, wenn es wirklich gefährlich wird, auch Realitätssinn und Resilienz, wir Menschen in uns tragen. Resilienz aber entsteht auf Dauer nicht durch aufgezwungene Uniformiertheit, sondern durch gelebte Freiheit, durch Gestaltungsvielfalt und durch Eigenverantwortung. In einer Zeit, in der die Politik täglich die Apokalypse und die Alternativlosigkeit predigt, in einer Zeit, in der die Abgestumpftheit um sich greift, gilt es, uns daran zu erinnern, dass dem Menschen ein natürliches Streben, ein Streben zur Freiheit, zur Erkenntnis, zur Liebe und zum Leben inne wohnt. Doch die Aufmerksamkeit vieler Menschen ist durch Medien aller Art, Social Media im Besonderen oder Netflix, fast komplett gebunden. Unser Dopaminausstoß wird künstlich auf hohem Niveau gehalten. Mediale Völlerei als moderne Variante der Brot- und Spiele-Doktrin. Und, man verzeihe mir an dieser Stelle dieses Beispiel, aber wenn Konzentration aufgebaut wird, dann vielfach, um von narzisstischen Kräften getrieben, schier zwanghaft einem Ich-Ideal entgegenzustreben. Einem Ich-Ideal, das uns jeden Tag aufs Neue antreibt, eine bessere Variante unserer Selbst zu werden. Ich möchte nicht missverstanden werden. Wachstum und ein Transformationspotenzial, das den Menschen natürlich auszeichnet, das sind wundervolle Dinge. Doch Vorsicht! Vorsicht, wenn es zu einem Getriebensein führt. Und wenn die Antriebskräfte nicht aus unserem Inneren erwachsen, sondern von gesellschaftlichen Normen verlangt werden. Normen, die sich in Form eines vermeintlichen Ich-Ideals in unseren Köpfen eingenistet haben. Diese Normen, sie sagen, um zur Freiheit zu gelangen, musst du dich messen. Du musst konkurrieren. Du musst gegen deinesgleichen antreten. Und erst wenn du der Beste oder die Beste bist, dann erst bist du frei. Selbst die Authentizität wird dem ewigen Bewertungsprozess unterworfen. Ich bin besonders echt. Ich bin so ganz bei mir. Dies aussprechend schiele ich aber schon auf meine Likes und die Zahl meiner Follower. Besinnen wir uns also auf das, was Menschsein auszeichnet. Ich wiederhole mich, weil es für mich so wichtig ist. Das Streben nach Freiheit, nach Erkenntnis, nach Liebe und nach dem Leben selbst. Bauen wir dafür unsere geistige Autonomie aus. Seien wir mutig im Hinterfragen der Systeme, die uns zu erziehen suchen. Die danach trachten, uns die Unfreiheit schmackhaft zu machen. Lassen wir uns nicht einreden, wir seien nicht genug. Lösen wir uns aus der narzisstischen Falle einer vermeintlichen Selbstoptimierung, die nämlich nur dann als solche gewertet wird, wenn sie auch normenkonform verläuft. Hören wir auf, uns und alle anderen ständig nach Maßstäben zu bewerten, die hinterfragt gehören. Hören wir auf, den Konkurrenzkampf zu idealisieren und diesen dort zu leugnen, wo er sich nur in vermeintlich harmlosen Likes oder Followerzahlen ausdrückt. Bemühen wir uns um das, was Philosophen wie Immanuel Kant die intellektuelle Redlichkeit nannten. Seien wir also uns selbst gegenüber so aufrichtig, wie wir nur können. Beschützen und erweitern wir unsere geistige Autonomie. Lassen wir uns nicht einreden, wir seien ohnmächtig und lassen wir uns nicht in die Passivität eines konformistischen Wohlbehagens fallen. Verbinde dich mit dir, mit den anderen und mit dem Leben. Das ist für mich nicht nur ein Lebensmotto, sondern auch der Weg, den Menschen gehen sollten, wenn es zu verhindern gilt, dass einige wenige so viel Macht anhäufen, dass sie über das Leben vieler bestimmen können. Es bedarf, wie der Schriftsteller Milos Matuszek zurecht fordert, der Ermächtigung der Vielen, um die Fackel der Freiheit und der Menschenwürde hochzuhalten. Ich möchte mir die Zuversicht nicht nehmen lassen, daran zu glauben, dass wir genau das schaffen können. Wenn mich mein dreijähriger Enkel anlacht, dann ist es nicht nur Liebe, die ich empfinde, sondern auch die Verpflichtung, an dieser Zuversicht festzuhalten und für sie einzustehen. Das ist nicht nur Liebe, die ich empfinde, sondern auch die Verpflichtung, an dieser Zuversicht festzuhalten, sondern auch die Verpflichtung, an dieser Zuversicht festzuhalten. Das ist nicht nur Liebe, die Verpflichtung, an dieser Zuversicht festzuhalten.